Musik Hi und willkommen beim Rockpalast. Wir haben es gerade gehört, der Sonntag wird trub, die Nacht hingegen wird mit Sicherheit bunt. Und ich hoffe, dass sie die ganze Nacht bei uns bleiben werden. Wir haben gestern wieder in der Gruggerhalle in Essen eine Rocknacht veranstaltet mit insgesamt neun Bands. Aber die Woche begann mit einer Nachricht, die uns ein bisschen überrascht hatte. Wir haben gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Es kam ein Fax aus Amerika und Rage Against the Machine, die eigentlich als Headliner vorgesehen waren, haben abgesagt. Wir haben gedacht, es darf nicht wahr sein. Letztes Jahr auf der Lorelei kam Gary Moore nicht und dieses Jahr kommt Rage Against the Machine nicht. Der Grund war ganz einfach. Der Bassist der Gruppe Tim Bob war mit seinem Mountainbike unterwegs, ist umgekippt dabei und hat sich den Fuß gebrochen. Und Rage mussten deswegen nicht nur Rockpalast absagen, sondern auch eine Fernsehsendung in Frankreich und Jules Holland Sendung Later in Großbritannien. Wir haben natürlich schnell umgeschaut und haben dafür einen Ersatz gefunden und ich glaube einen ganz tollen Ersatz, wie wir gleich sehen werden, nämlich Urban Dance Squad. Alle anderen Bands waren aber auch gekommen und es war wirklich ein sehr, sehr langer Abend in der Gruggerhalle in Essen. Es begann so gegen 18 Uhr mit Humongous Fungus, einer Gruppe aus Wiesbaden. Und danach kamen aber in erster Linie Gruppen aus Amerika 2, aus Los Angeles. Relativ neu, Eels, eine sehr, sehr tolle Gruppe meiner Meinung nach und wir werden Eels später live erleben. L7, eher so eine Frauenband mit Punk-Ansätzen aus Los Angeles, aber auch viel Witz dabei. Es gab Witz aus New York von The Fun Loving Criminals, einer Gruppe, die ich auch sehr mag. Und es gab richtig Rock'n'Roll von den Screaming Trees, und wir werden gleich die Screaming Trees sehen, aus Ellensburg in Washington, obwohl die Gruppe eher inzwischen in Seattle zu Hause ist, und von den Black Crows, die gestern Abend aus Headliner aufgetreten sind. Hinzu kam dann auch eine Gruppe namens 16 Horsepower, eine Gruppe, die sehr neu ist und für viele vielleicht eine große Überraschung sein wird. Aber die Gruppe werden wir erst gegen Ende der Sendung live erleben. Diese Sendung ist live, kommt aus dem Studio von WDR in Köln, und Sie können uns natürlich die ganze Nacht auch erreichen, und zwar entweder telefonisch oder über den Faxgerät. Wir blenden jetzt die Nummern ein, die Nummern sind jetzt schon geschaltet, also immer 0 2 2 1 für Köln, ganz klar. Und dann die Telefonnummer 258 38 21, ich sag's noch einmal, 0 2 2 1 258 38 21, und unsere Faxnummer ist 0 2 2 1 257 57 36. Wie gesagt, das Konzert begann um 18 Uhr, am Anfang waren nicht so viele Leute da, aber die Halle hat sich ganz schnell gefüllt. Und was danach passiert ist, das können wir vielleicht jetzt am Beispiel von Urban Dance Squad uns anschauen. Danach werde ich vielleicht etwas mehr zu dem gesamten Programm erzählen können, aber zunächst Urban Dance Squad live aus der Gruge Halle in Essen und Good Grief. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Musik 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 Gut, wir machen jetzt weiter mit zwei Gruppen und viele werden sagen, ein Höhepunkt, ein absoluter Höhepunkt auf jeden Fall gestern Abend. Und Urban Down Squad, ich habe es bereits am Anfang der Sendung gesagt, Rage Against the Machine mussten leider absagen, weil Tim Bob, der Bassist der Gruppe, sich den Fuß in Los Angeles gebrochen hatte. Und wir haben dann Urban Down Squad gefragt, ob sie Interesse hatten bei uns zu spielen. Sie hatten sofort natürlich Interesse und es kam auch wunderbar an. Wir schauen uns also gleich Urban Down Squad an und danach gibt es dann vier Mädchen aus Los Angeles. Sie heißen eigentlich L7, aber sie haben am Anfang ihres Konzerts gesagt, Hi, we are Rage Against the Machine aus Los Angeles. Bevor wir aber L7 hören, lauschen wir ein bisschen bei Urban Down Squad. Wir freuen uns sehr in der Gruppe Halle in Essen beim Rockplatz. Please welcome Urban Down Squad. Vielen Dank! Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Musik 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 Oh Oh Ah Oh 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020